Wann kann ich meine ETFs wieder verkaufen? Was angelegt ist, sollte mit Blick auf historische Daten mindestens 10-15 Jahre lang nicht gebraucht werden. Denn bislang waren nach 15 Jahren die Renditen des MSCI World immer positiv, egal zu welchem ungünstigen Zeitpunkt man eingestiegen ist. Trotzdem, da du selbstständig die ETFs erwirbst, kannst du sie auch jederzeit wieder verkaufen. Das liegt also völlig in deiner Hand. Allerdings kann es natürlich Marktphasen geben, in denen du bei einem Verkauf einen Verlust realisieren würdest. Darum sollte man ja möglichst lange investiert sein und Schwankungen einfach aushalten können. Du bist übrigens eh völlig flexibel und kannst auch immer deine Sparbeträge erhöhen, reduzieren, pausieren und so weiter.